hey und herzlich willkommen zur neuen folge von minecraft bugner heute werden wir die netter gehen und ein bisschen levels farmen und wenn uns für nacht scheint werden wir uns zuerst ein bisschen equippeden und dann eigentlich eher in den fight gehen und netwerk rennen in drei zwei eins ich bin schon gespannt wer kommt und die uhrzeit zum montag vormittag ich kann sogar noch zwei bücher machen das ist ziemlich fresh ja was war die machte mal kurz zwei bücher heißen ja habe ich noch genug ja noch als eisenschwert aus zu messen ist gebrotteres ja warte ich habe 28 kuh tingfleisch gibt es ja auch die zwar alle zwei wieder da bleibt es nice hey das wir so weit weg sind vom spawner obwohl wir nur in höhlen waren ja es ist wirklich komisch finde ich habe meine erste folge nicht weit weggekriegt na ich hoffe es ist der spawner 00 sonst haben wir alles verkackt was man verkacken kann weil sie sind viel zu verbrochen ist aber da kriegen wir pfeile pfeile am level oh der hat mich oh ey alter lord er ist weit geflogen ey guck ender schmör da hilf mir ja das mache ich easy mit unserer wüste war die ist kurz damit direkt wie ich zahme den klatschen mal weg ja gehen wir einfach weiter aber über ender schmör das ist cool warte da ist noch ein sind zwei und pfeile kriege ich auch gerade nachgeschmissen wo bist du da oben ich bin da ein bisschen runtergerannt oder sind zwei noch eine ja bist du schon warte warte in der disapjent in der nacht warte b jene thanks jörg ja gehen wir weiter ok ja komm gehen wir weiter Ja, ich geh einfach. Ja, geh weiter. Ja, wir sind ja relativ... Warum ist alles zu, Bart? Ja, weil das Baum da ist... Hey, Alter, scheiß Cripper. Relativ richtig, sag ich mal. Warte, müssen wir nach rechts. Oder? Ja, siehst du mich noch? Ey, es zahlt bei beiden Richtungen auf, ich warte mal kurz. Ich denke, wir sind verkehrt, wo wir laufen haben. Wir laufen irgendwo verkehrt, warte mal kurz. Ja, ich mach mal ein paar Fächer hin. Hey, Alter, geht's abweg auf? Hä? Guck, ich komm grad nicht mit der Y-Koin oder die Z-Koin, aber klar. Eigentlich hab ich zwöl Fleur, also wenn du mal für zwei Augen würdest, dann könnte man sich bezahlen. Ja, warte. Wo bist du? Ja, bist du bei mir? Nein, ich sehe das. Ich bin da schon aus dem Wald draußen. Ja, ja. Achso, siehst du. Oh, ich muss mal was essen. Ja. Hey, guck, ich check grad nicht, wie man 0-0 rennt. Warte mal, da geht's nämlich in den Herberg auf. Ah, jetzt hab ich's. Genau. Wir sind schon ein bisschen... Bin zweit wahrscheinlich, gell? So ein bisschen zweit rennt, ja. Hey, das ist ziemlich gut. Jetzt rennen wir zunächst. Ich hab auch eine Enderball. Hast du eine Enderball? Hey, das sind zwei Endermans. Nice. Endermans. Hey, ist lag, lag, lag. Jetzt geht's wieder. Aber warum lecken wir denn das? Hey, so einen Bogen, guck ich, den könnt ihr das mitnehmen. Ein schlechter Zauber. Enderst mal. Schrauch dir mal meine Enderball. Denk die in einem Bogen mit, weil man dann... Warum das? Die sind immer hinten, wenn das... Ja, das ist wurscht, wenn sie die verzauberst, dann sind sie voll wieder. Ja, gut. Ja, mein Inventar ist halt mittlerweile auch schon lang gefahren. Hey, der hat Eis und Schrauch wurscht, gehen wir weiter. Wir müssen ja eigentlich in die... Ja, müssen nicht, aber in die Nähte wäre ja nicht so schlecht. Yo, wir müssen da oben drüber latschen. Haben wir nicht hinfüssen als Falschwort gestartet? So was, irgendwie, gell? Ja. Hello. Jump, jump. Warte, ich schau mal, wie der Cord ist. Jo, ich sollte da vorne nicht langsam den Spawn sehen. Ich bin mein, wir sind ja am Berg aufgerannt und dann dahinter war der Spawn. Oh, irgendwas sollte da vorne, sollte irgendwo der Spawn sein. Da vorne ist er, ja. Ja, gut, dass der auch ein 0-0 ist. Wenn der jetzt da nicht 0-0 gewesen wäre, dann hätte so ein Face-Barm einig was. Ja, gehen wir gleich durch, oder? Ja. Ja. Weil noch Giant tut halt keiner aus irgendeinem Grund. Wäre das aber cool gewesen, oder? Ja. Ja, ich hab da nicht schlecht gewesen. Alter, dass wir so weit drüben waren das Flaschen noch immer irgendwie. Eigentlich irgendwie in die Kisten eingeschaut. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wir können ja gleich zwar mitnehmen, wenn du willst, oder nein? Ja, ich fahre. Ja, ich fahre. Ja, ich fahre. Ja, guck, ich geh. Gehen wir nur eine Richtung, damit wir zum Schluss wissen, wo wir her sind. Ja, dann schauen wir kurz. Ja, alles sind eher 0-0. Ja, so ziemlich genau. Dann gehen wir in die Richtung. Bist du da? Ja. Jawohl, ich versuchte. Hey, da sind Betten. Da hat der Stevie gebaut. Zum Ausruhen. Wenn sie da einsetzt, bist du hin, sagst du nur. Da ist das 100%ig, der Stevie gebaut. Ja. Hey, ich sehe hier einen Gast, oder nein? Hey, das ist eine Burg. Ja. Gehen wir in die Burg rein? Ja, aber im Quarz ist es nicht eine Burg. Ah ja, stimmt. Der ist einfach alles schon abbaut. Na, Big Men sind nur nicht, oder Gott? Und nur nicht. Na, die sind so nur spulabhängig. Hey, guck ich da. Ah, schön. Oh, ich bau dich langsam auf. Hey, sollen wir mal verzauern wieder? Ich bin 14 Leben, ja. Ah, 14 Leben. Es wäre halt echt gut, wenn wir verzauern würden. Ja, passt, ich bau dich auf, ok? Bisschen versteckt, damit die Gast nicht alles hinmachen. Hingmachen. Tun ich saubere Bier hier? Ohm. Ohl. Saubere Bier. Eingestolper. Was habe ich mir gemacht? Dann ist es zum Zaubern leichter mit dem Bier. Ja, Kohle. Ohl. Ohl. Ich habe ein bisschen was eingeladen, gell? Ähm, ich verzauere mal mein Schwert fertig. Klar, ähm, du malst, was verzauert ist da rein, bitte. Weil sonst... Was sonst, was verzauert ist? Ah, das Schwert und so, damit ich das fertig verzauern kann. Nein, ich glaube, du musst das Schwert fertig verzauern. Ich glaube, man braucht 14 Level, gell? Also, keine Ahnung. Was soll ich jetzt machen? Warum schaffst du das Schwert auf Schäfe 4 zu machen? Warum das auf Schäfe 3 schafft? Ja, du hast ja Schäfe 4 irgendwas, oder? Na, ich tue das. Da musst du alles in die Kisten rein, gell? Na? Ja. Ja, ich habe Schäfe 3 und Schäfe 3 zweimal. Ja, dann musst du die Kisten rein, du. Ja, warte, ich habe es gerade nicht checked. Ich habe zwölf Level, brauche ich. Ja, hast du noch? Ich habe nur noch vier Level. Ich habe schon wieder verzauert. Scheiße. Ich verzauere gerade die Bögen. Ja, warte, mach mal lieber Protection-Bee. Lord, der Amos ist weg. Warte, ich mache Amos. Warum Protection? Also, ja. Ja, weil ich fast noch gar keine Protection habe. Ja, warte, ich habe jetzt zwei Bauer zwei Bögen und ein Bauer zwei Enchanted Buch. Ja, du hast die Bücher, oder? Ja, die Unverzauerten, ja. Ich lege die immer schon mal ein. Ja, verzauere mal, ja. Ich kann nur Scheiße verzauern. Ja, dann verzauere einen Bögen. Ich meine, wenn ich den fast hinten verzauere, dann wird er davor. Ja, wenn es den Amos reinhaut, oder so, sicher. Ich habe wieder fünf Level. Ich habe einen Bauer eins verzauert. Ja. Warte, gib mir mal Bücher her, dann kann ich auch mithelfen. Ja, Bücher nach Kisten. Ja. Alla, dieses Chaos. Protection, eins. Feather Falling braucht keiner, gell. Ah, was mache ich denn dann, wenn das nicht geht? Ich habe keine... Wurscht. Ich schaue immer, ob das Schärfe ist, weil es vielleicht auf den geht. Flame. Das war's. Was soll ich sagen? Ich schaue immer, dass es das Schärfe Buch auf... Ob es Eisen schadet und auf Flame verzauern kann. Das wäre die wichtigste Verzauber. Ah, also da muss ich Eisen schadet. Ja, machen wir's. Power 1 und Protection kann ich machen mit zwei Level. Aber ich will zu wenig Level sehen. Ähm, Schärfe Schwert. Warte, ich baue schon an. Naja, Schärfe ist ja auf Flame. Eisen schadet ja. Einmal. Ja, warte, jetzt warte. Dann ist das Eisen fuhr. Mhm. Ja, warte, ich brauche Levels. Ich muss ein bisschen Level fangen. Level, Level, Level. Da. Hat er auch. Alter, die Zeit vergeht schon wieder so schnell. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich schnaufe. Ja, bestimmt saulang irgendwie gefühlt. Haben wir so viel Zeit irgendwie verbleiben wir da wohl. Keine Ahnung. Ich kann's gerade gar nicht einschätzen. Ja. Alter, ich brenne. Ich hoffe es noch nicht. Wasser kann man eh nicht setzen, oder? Mhm. Hey, Alter. Das Brennen ist ja hardcore. Hört das irgendwann auf auch noch? Mhm. Hey, das hört halt einfach nicht auf. Alter. Das ziehe ich die Half-Life, gell? Sag's dir ehrlich. Ja, das wäre schon unmöglich. Hätte ich immer gesagt. Ja, also ich gebe dir einen Tipp, Renate in Sandau rein. Ja, die Idee ist jetzt auch. Ja. Ich bin schon Level 9 wieder. Ich level'n geht echt schnell. Ähm. Axel macht ihr einen Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau. Klar, da geht's bergab. Zum Schluss kommt sein Gast jetzt. Boom. Alles hin. Ich sag's dir ehrlich. Ah ja. Irgendwie war, finde ich, die Folge gerade voll interessant, weil... Irgendwie Nade-Farmern war ich noch nicht so oft. Ja. Genau. Ich hab noch nicht bezaubern. Alter, das ist ja echt überall Quarz. Ich kann einfach nicht zurückgehen, wenn du überall Quarz ist, weil zum Schluss hupf ich nochmal her, weil ich die Level brauche. Ich hab schon überall ein Stack Quarz. Was machst du Schönes? Quarz. Wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Ich bin schon leer viel zu den Axt hin. Ich hab Gott sei Dank noch einen auf Unbreak hin verzauert. Hey guck ich, die Kisten von uns darf man looten, gell? Kisten? Ja, wenn man Shoot auf ich klatschen würde, dann dürfst du keinen looten, oder? Ja. Ja, ich weiß es auch nicht, oder? Stack Quarz. Aber was würd ich denn verzaubern, guck ich? Protection Beaker, gell? Bogen und Eisenswert habe ich immer schon. Ja, Bogen gibt's keinen mehr. Ja. Oder 60. Ah, 60. Das ist ein Witz. Nehmen wir da alles mit, oder lassen wir alles stehen? Hey, brauchst du nur ein paar oder eins? Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, lassen wir da alles stehen, oder nehmen wir alles mit? Guck ich. Äh, alles mit. Das ist dann, dass sie mich nah nehmen. Ja, ok. Sharpness soll ich machen nah, oder? Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Das ist gleich gerade mein erstes Fert eingestellt. Ja, hab ich. Smite, ist das gut? Nein. Äh, ja, ich bin jetzt komplett Protection 2. Ja, warte, ich nehme jetzt alles mit, wie das gut ist, den Rest lasse ich durch, oder? Ähm, ich bin noch nicht Protection 2, oder? Aber nehme ich das. Ich muss noch kurz machen. Mitnehmen. Ja, aber. Ja, aber. Ob wir den Ambus noch gekriegt haben, ist fraglich. Ja, nice. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.